Aber die Exe hast du nicht mehr, oder? Setup-Exe? Ich glaube, es ist verrückt, glaube ich, gar keine Setup-Exe. Nicht? Ne, ich glaube jetzt einfach nur das Programm und ein paar Zusatzdateien. Ja, dann schick mal... Oh, mal gucken, müsste ich... Mal gleich gucken, die muss ich eigentlich noch alle haben. Gut, und wenn sie rausfinden, dass was die Zusatzdateien waren, dann... Oh, ich habe gerade so die Kopfschmerzen, Alter, ich komme nicht drauf klar. Migräne. Ja, ja. Ja, habe ich immer abends. Ich hoffe, zocken hilft. Ja. Ey. Ohne Scheiß, Fernsehgucken hilft. Spielen wir ja nicht gerade. Ach, schon wieder Querschläger? Ja, was heißt Querschläger? Ricochet? Ricochet heißt Querschläger? Ja, also hier, äh, nein, nicht direkt, aber... Das ist meine, 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 oh, fuck. Keine Ahnung, ich weiß sowieso nicht, wie ich Ricochet besetzen soll. Ricochet hast du, glaube ich, Abprallen, oder so wie so viel hier, oder... Abprallen, oder... Ach, ich weiß es doch auch nicht. Fragen, wo Fragen. Ich will die Sniper. Ich will die Sniper. Warum will ich eigentlich die Sniper? Ja, genau, weil du sie haben willst. Ja. Das war immer der einzige Grund, ich kann gar nicht snipen. Ich weiß. Oh, haben wir gedacht. Wow, wir sind ziemlich schwul. Ich warte einfach darauf ab, bis du... Ich warte einfach darauf ab. Ich warte einfach, bis du stirbst. Oh, ich hätte gerade so... Oh, war das bad. Ich habe den Schuss daran vorbeifliegen gesehen. Moment. So. Heißt das, der war knapp oder nicht knapp? Äh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich habe einen verfickten Ball. Oh, my God. Bist du irgendwo? Ich möchte irgendwo den Ball hinwerfen. Äh, ich bin gerade zum Spawn. Was machst denn du da? Ja, ich bin gerade gestorben. Oh, Mann, bist du doof. Toll. So, jetzt bin ich ja. Neb dir. Oh, das ist gut. Ihr Ball eskortieren. Okay. Weißt du noch, wie man den Ball wirft? Ich weiß es nicht. Äh, LT. LT. Okay. Muss ich den noch reinwerfen, kann ich auch reinrennen? Lass, 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 lass. Mir egal, ich laufe überall. What the fuck? Äh. Ey, ihr habt trotzdem gepunktet. Egal, ihr habt ein Tor gemacht. Mir voll egal. Yeah. Also, wie war das zum Beispiel, wenn man reinläuft, 50 Punkte, wenn man da reinwirft, 20 Punkte. Du kannst ihn auch reinwerfen? Ja. Oh. Aber ich habe bisher immer daneben geworfen. Ja, was war das denn für ein Schuss? Der war ja mega gezielt. What the fuck? Was hat er für ein... Ach, hat er die scheiß komische Prometaner-Pistole? Ja. Ach, der Hurensohn. Ich habe die nicht. Doch, habe ich. Der war mega gezielt. Ich weiß gar nicht, warum der nicht auf mich zurecht und mich versucht zu töten. Weil er es kann. Oder eben nicht kann. Ich glaube, die Hälfte von denen, die wir gerade mitspielen, wissen gar nicht, dass man damit One-Hits macht. Das wäre echt peinlich. Na komm, na komm, na komm. Was ist eigentlich stärker? Ist der Ball stärker oder das Schwert? Äh, ich habe es probiert, aber ich habe verkackt. Ich verstehe auch gar nicht den Sinn, dahinter den Ball wegzuwerfen. Besonders, wenn man gerade irgendwie in der Kegner-Base ist. Ja, oh fuck. Was hatte der... Ach, er hat den Ball. Scheiße. Oh man. Auf sowas sollte ich vielleicht achten, du. Oh, mein Schwert, mein Schwert, mein Schwert. Ich habe das Schwert. Nein, noch nicht, aber ich habe es gleich. Oh nein, ich komme nicht zum Schwert. Fuck. Na komm, na komm. Okay, ich bin überfragt. Warum? Ich habe den... Entweder ist der Ball gerade zu schnell herausgerollt oder... Keine Ahnung. Ich dachte, es macht Punkte. Komisch, komisch, komisch. Oh, jetzt verunsichert mich aber, du. Lol. Was ist der Ball? Ich habe keine Ahnung. Der hat ihn. Der hat ihn. Oh! Hä? Ach, bei mir passiert nichts, aber ihm passiert was. Schön. Ach, komm schon. Nur, weil ich YouTuber bin. Dankeschön. Oh, neuer Ball. Oh, neuer Ball. Wo ist der Ball? War das gut? Nochmal. Woop, boop, 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 boop. Da komm. Anstatt, dass du reinrennst, um mehr Punkte zu machen. Ja, ja gut. Da hast du Punkte da. Oh, shit. Woop. Nein. Ich finde es irgendwie so schwer, Schwertabschüsse in Halo 4 zu machen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Das ist zu der Welt, ey. Ohne Scheiß. Was? Ich finde es so einfach. Ich weiß auch nicht. Ich finde es in Halo 3 war es viel einfacher irgendwie. Ich schlage in Halo 4 ständig daneben irgendwie. Kein Plan, wieso? Oh, fuck. Also es ist jetzt nicht schwer, aber ich finde es ist nicht mehr so einfach wie in Halo 3 oder Reach. In Reach war es ja immer mega einfach. Oh Gott, ich habe schon so lange keine Reach mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie einfach es da war. Ja, du hattest halt sprinten. Und wenn kein anderer sprinten hatte... Und das da war. Und da ist er weg. Oh, ich muss hier weg. Ah, jetzt kann ich wieder. Fickt euch. Oh. Verpiss dich. Ähm. Ja, geil. Wo soll ich lagen? Hier sind überall Gegner. Ja, genau. Alter, der Typ... Der hat so den mega gut getimeten Bruteaner Schuss mit seiner scheiß Pistol. Ja, dann habe ich auch schon... Oh, fuck, 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 fuck. Ich hatte halt... Ich hatte immer im richtigen Moment. Da warte ich. Ist das die Nählich jetzt? Äh, wie wäre ich denn Ball? Auf LT oder wo drauf? Ist das die Nählich? Oh, shit. Kann ich hier von... Ne, kann ich nicht. Ich habe den Plan, ich habe den Plan. Okay. Wo bist du? Du bist da. War der drin? Der war nicht drin. Fuck! Hat ja auch schon. Hat auch geklappt. Oh, fuck. Ey, wo ich... Ey, die Campe hat so dritt drin. Ja, ich merke das schon. Das ist richtig, richtig erbärmlich. Aber an sich, solange sie campen, können sie keinen Punkt machen. Ja, bis jetzt ja... Der hat 40 Punkte. Ich habe ihn. Oh mein Gott. Wupp. Voll gut. Äh, war echt ein Lappen gerade. Ja. Wo ist... Den muss man einfach zeigen, dass die Recherstrategie nicht klappt. Ah. Angestickt. Aufwacken. Nein! Nein, 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 nein. Jawohl. Hab ihn. Das war alles, was ich wollte. Das war alles, was ich wollte. Den mit der Waffe noch... Boah, habe ich ihn ins Gesicht geworfen, den Ball, Alter. Meine. Wo ist der Ball? Wo ist der... Ah, da. Okay. Und... Bäm. Das ist gut. Ah, hinter mir, hinter mir. Ah, du hast ein Schwert, oder? Äh, nee, ich habe gar nichts. Ah, fuck, ich habe nur, das ist ein Schwert. Scheiße. Bäm. Oh, was? Haben wir nichts gemacht? Ihr hättet ja eigentlich irgendwas machen müssen. Was Gutes wird... Ach, die Ficker werfen wir... Äh, fangen wir eben ab, den Scheißball, Alter. Die Hure. Was zum... Ah, jetzt haben sie alle MG's und Sturmgewege, Alter. Das habe ich, äh, einen Raketenwerfer. Ich nicht. Und... Bäm. Ich glaube, ich habe mir jetzt die Sniper und... Okay, wo... Das ist noch irgendeiner. Alles klar, abgehen. Oh, shit, fun. Ah, fuck. Okay. Ich will... Ich will die Raketen einfach noch behalten. Dich kill ich. So. Oh, shit. Oh, shit, 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 shit. Und... Bäm. Bisschen Bass-Raping. Okay. So. Ich finde das so geil, ne? Die Leute wissen, ich stehe genau um die Ecke, ne? Und komme trotzdem rum. Obwohl sie wissen, ich habe den Ball und stehe genau hinter der Ecke. Bei mir kommt die Hini rum. Bei mir scho... Fuck. Out. Woher haben wir gerade 10 Punkte bekommen? Jawoll! Cool. Voll gut. Wupp, wupp, wupp. So, ich würde sagen, eine Runde geht noch. Yee, zwei Tore. Ich habe... Ich habe eins gemacht. Was Gutes wird passieren. Ne, du hattest auch zwei, oder nicht? Keine Ahnung, eigentlich hätte ich nur... Eigentlich hätte ich nur eins. Also hier steht... Kein Plan, hier steht... Doch, da, Tore, du hattest zwei, ich hatte auch zwei. Ey, ich habe die 257 was live gesehen. Bisse. Und ich fand die echt scheiße. Hat dein Maul. Aber, aber keine Ahnung. Wo hast denn die gesehen? Minirock-Fährstelle. Ach, ja. Ja, extrem bekannt und so. Obwohl, das fand ich echt groß. Ich glaube 50.000. Ja, Minirock-Festival geht eigentlich. Ja. Aber irgendwie, die Mikros waren alle so schlecht eingestellt, dass man wirklich nur mitsingen konnte, wenn man Texte hatte. Und keine Ahnung, 257, die waren auch... 30 Grad im Schatten, 257 treten auf, alle stehen im Schatten, links neben der Bühne, weil die waren hier, die waren auf zwei ganz... Lol, nur Pitfall. Beste. Ja, ne, da habe ich mal Bock auf Infinity Slayer. Ich auch irgendwie, ich habe gar keinen Bock auf nochmal auf Ricochet. Ne, gar nicht. So lame irgendwie. Ey, als ob, komm. Die Assi ist überhaupt nicht nach. Okay, dann nochmal. Aber was auf jeden Fall geil ist, dass die 257ers zwischen den ganzen Songs von ihnen immer so scheiße reden. Ja. Zumindestens. Die beleidigen sich einfach die ganze Zeit. Ja, ist so, die labern so einen Dreck. Das ist voll gut. Boah, aber Alligator hatte so eine Mini-Zeltbühne. Reißte sich gerade im Schatten, das war doch unangenehmer. Weil da drin war dann irgendwie... Da drin war es richtig voll, richtig heiß. Ne, das ging einfach gar nicht. Oh fuck, ich bin falsch. Rette mich! Scheiße, ich habe das so gut ausgeplant und habe es nicht geschafft. Normal. Scheiße, ich weiß gar nicht, wann ich die Cut machen werde. Ich kann planen, ich glaube, ich lade die beiden so hoch. Dann sind es ungefähr vielleicht 20 Minuten oder so. Ja, ne, ich muss ja darauf achten, dass ich viele Parts mache. Ich, ich, ich. Ah, oh Gott, der war unsichtbar. Ich hasse das nichts auf Vorrat zu haben und das habe ich in letzter Zeit ziemlich oft. Alter, ich habe mich gerade voll erschrocken, ne, weißt du? Ich gehe hin, sehe auf der Map, weißt du, da ist ein Schwert, auf einmal ist das Schwert weg. Und ich sage, okay, warum? Geh um die Ecke, steht da ein Unsichtbarer vor mir. Boah, Alter, das ist... Lass sie das immer noch machen. Das ist so nervig. Richtiges Arschloch. Bin ich voll erschrocken, Alter. Nein! Ey, die scheiß Prometana-Pistole ist was für ein Arsch, Alter? Was ist die ganze Gegner? Wenn du die wenigstens wie bei der Alien-Pistole aufgeladen lassen könntest, aber irgendwann schießt die automatisch los, ne? Oh! Das war so nice gerade. Jawohl. Als ob die alle im Spawn-Capt oder so. Oh Gott, oh Gott. Was geht's? Mach die eigentlich. Da oben ist einer. Hier, ich habe einen Comeback-Abschluss. Wie geht's? Oh, fuck. Neuer Ball gespawnt. Nein! Ah, ich muss echt aufhören, diese scheiß Prometana-Pistole zu nehmen. Oh Gott, ich sollte mir die gerne rauskaufen. Wie stark war denn nochmal die normale Pistole? Waren das fünf Headshots oder? Äh, keine Ahnung, aber ich habe die auf jeden Fall ausgerüstet. Die war aber auf jeden Fall extrem overpowered. So, wie weiß ich noch. Ich weiß gar nicht, ob die ich benutze. Alter, ich weiß noch. Swat. Jeder hat die... Jeder benutzt bei Team Swat diese scheiß Pistole, weil die einfach so übertrieben genau ist. Okay, so schlecht ist die Prometana-Pistole doch nicht. Ich muss nur herausfinden, auf welche Range die in One-Hit ist. Wer hat denn den Ball? Achter, und? Ey, wir gewinnen schon wieder, was geht. Wir gewinnen immer. Wir haben voll das Activity. Ja, hallo, du hast mich noch nichts. Du hast mich im Team, was erwartest du bitte? Ich finde es schön, wie du hier mit dem Jetpack nicht zu hoch fliegen darfst. Und sonst hollen sie rum. Ey, nicht aus dem Spielfeld gehen. Sehr gut, so fliege ich mir im Jetpack nicht. Ich schon. Ich mache mal... Was gut ist, wird passieren. Hast du eigentlich noch die Payday-Aufnahmen? Mh, ne. Ich auch nicht mehr. Alter, das... Das bricht das so tot. Ach, fuck. Ja, Payday hat auch... Mann, voll nicht. Spaß gemacht hat's nicht. Ja, ja gut, wir wussten ein paar... Dafür war's mir... Dafür war's mir zu anstrengend. Oh Gott. Oh, gut. Aber hast du schon dieses Stop-It-Sender gesehen? Weiß? Dieses Slender-Multiplayer-Modus. Ja, und dieses... G-Mod? Ja, genau. Habe ich gesehen, ja, habe ich mal bei... Bei... Ich glaube bei... C-Nenners oder so? Ja, die machen das gerade alle irgendwie. Das ist irgendwie schon Racer geworden. Voll vom PewDiePie abgeguckt, ey. Shit. Ey, die machen das mittlerweile alle. Ah, meine Stimme. Ja, was? Ich wollte schon mal sehen. Die irgendwie hier... Goldglove, PewDiePie... Alle machen das mittlerweile. Ja, Goldglove ist für mich so ein... So ein... Was ich auch nicht. C-Nenners abklatscht einfach nur. Ja, das kommt ja gut an. Goldglove macht mittlerweile einfach mal alles, was C-Nenners macht. Das Einzige... Also das Einzige... Ich find auch nicht... Ich find irgendwie Goldglove auch nicht witzig. Ich mag's, wenn er jetzt auf Warspiel, weil er das kann. Aber im Rest find ich ihn überhaupt nicht lustig irgendwie. Nicht mehr ansatzweise. Aber was ich krass findest, dass C-Nenners halt wirklich ab Tag in 4 Minuten wieder hochlädt. Ja. Dass er da kein Head-Up bekommt. Dass wer das macht? C-Nenners. Ja, gut. Ja, also... Deswegen, ich find seine Videos gar nicht schlecht, weil er halt echt nur das Lustigste macht. Mittlerweile hab ich mich da schon fast dran gewöhnt, dass ich außer Let's Plays jetzt halt... Ich guck halt echt wirklich nur Let's Plays oder halt Gameplay-Kommentaries kompletter oder halt diese kurzen Videos. Ja. Jetzt so einen ganzen 10-Minuten-Part, wie wir jetzt... Angenommen, wir würden jetzt 10 Minuten lang Trouble in Terroristown spielen, das würde sich auch kein Schwein angucken, weil es halt... Ich schau grad als 3 Let's Player zu... die Trouble in Terroristown spielen. Also ich glaube, wenn würde ich es aber halt auch echt in kurze Parts schneiden, weil ansonsten fände ich es irgendwie uninteressant. Also, ohne Scheiß, ich hab schon 35 Parts geschaut. Die sind so zwischen 15 und 17 Minuten lang. Das wär mir zum Beispiel zu langweilig, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ist ja doch immer lustig. Problem ist halt, wenn das Deutsche machen... Ich meine, es gibt, glaube ich, keine deutschen Server. Ähm... Musch halt alle 5 Sekunden irgendwie... Doch, es gibt schon deutsche Server, aber... Ich... also ich hab keinen deutschen Server gefunden. Ich würde, glaube ich, auch wenn, würde ich versuchen, echt mit ganz vielen... Was heißt mit ganz vielen? Mit mehreren zu spielen, so mindestens 6 Leute oder so. Und einfach entweder einen eigenen Server oder über hier Hamachi oder wie die Scheiße heißt. Ja, das wäre dann eigentlich ein Server. Ja, ja. Maja, ja. Das finde ich aber besser, als mit Fremden zu spielen. Ich würde zum Beispiel auch, wenn ich könnte, würde ich mir einfach irgendwie 5 Leute noch suchen, die... Ich bin das ja Blacklist da, aber man würde das im Multiplayer mit denen spielen. Ja, dafür hätte ich ja auch Bock haben. Das Spiel ist so witzig mit Freunden im Multiplayer, Alter. Ich komm nicht drauf, glaube ich, wie geil das ist. Oder Chivalry. Chivalry, Alter. Alter, ich finde das auch nicht. Das spielt eigentlich ganz witzig. Also, ich spiele es letzte Zeit öfter. Also, ich gucke gerne bei zu. Mega geil. Aber ich höre es auch öfter, das sieht interessant aus, aber irgendwie wird es wahrscheinlich weniger Spaß machen, wenn man es selbst spielt. Ja. Ich werde auf jeden Fall noch irgendwann ein Video zu machen. Ich finde es ganz lustig, sich zu gucken. Ich habe einfach keinen Bock, das ganze Zeug alleine aufzunehmen. Ja. Wo ist die Sniper hin? Im Ernst? Warum ausrechnet die Sniper? Für die Fickheit? Jede andere Waffe hätte verschwinden können, aber nein, die Sniper muss verschwinden. Ach, die Penner führen gerade, ne? Oh, fuck, du Stück Scheiße, Alter. Wow. Perfektes Drecks Auto-Aim, weißt du? Ich bin gerade auf dem scheiß Typen mit dem Ball drauf. Und immer rennt so ein Typ mit der Raketen-Waffe kommt. Und rennt mir durch den Bildschirm, weißt du? Und dann mein Sniper so, oh, ich muss zu ihm gehen. Mir fällt das Auto-Aim gar nicht so auf. Oh, fuck you. Jawohl. Ich habe einen Schweigen gehabt, so. Und ich werde trotzdem noch von der scheiß Sniper gekillt. Oh, fuck. Ich will das scheiß Schwert. Gib mir das Schwert. Ist ja gerade nicht irgendwie einer lang gelaufen. Ich könnte schwören. War doch nicht. Oh, es wird noch knapp. Ich bin schon mal da. Oh, fuck. Nein! Oh, die Frag war gut, Mann. Oh, warum nur? Scheiße, ich brauche nur noch einmal... Wir brauchen weiter nur noch einmal den Ball im Tor. Dann hast du alle Wissen. Oh, mein Frag. Der Frag ist auf dem Brot. Oh, Gott. Goddammit. Hier geht es so knapp. Das ist demnig ein Turbo-Update. Oder hätten sie das scheiß Schild auch gleich weglassen können. Bringt eh nichts mehr. Okay, und... Fuck. Nein! Der weißer Kugel hat. Ah! Fuck. Ich würde mal ungelungen versuchen, nicht reinzuwerfen, sondern reinzurennen. Ja, das Problem ist halt die... Die Campen des Todes. Ja, okay, ja, gut. Bleibt da nicht auf... Er hat Luft auf Zeit. Okay, ich sehe es. Oh, shit! Oh, fuck. Jawohl. Oh, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Er wird einfach von allen ausgenockt. Ah, fuck, 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 fuck. Rettet mich, ihr Huren. Ich komme. Fuh! Wow. Oh, er hat ein Schwert, oder? Ja, der hat mich erwischt. War das glücklich, Alter. Der darf, er hat mich erwischt. Haha, hab dich gesehen. Ah, Granate. Ah, ich hab den Ball. Ich hab den Ball. Schon da, schon da, schon da. Oh, fuck, ich hab grad so'n Schiss. Ich hab den Granaten... Ich renne da jetzt rein, YOLO. Nice! YOLO! Boah, aber ich finde ehrlich, das DLC hat zu wenig Karten. Ja, zwei Maps ist echt lächerlich. Ja, ja. Das war, weil wir gerade eben nur die Auswahl zwischen einer Map hatten, ja. Nur drei Schmode. Komisch, komisch, komisch. Naja. Ich weiß gar nicht, kannst du als Ricochet eigentlich auf mehreren Karten spielen, oder nur auf den beiden? Ich hab keine Ahnung, aber... Wäre eigentlich ganz geil auf mehreren Karten. Mhm. Wäre ziemlich behindert, wenn nur auf einer. Naja. Oder auf zwei. Eigentlich kannst du auf jeder Karte spielen, die symmetrisch ist, ne? Wenn man mal so überlegt... Ja, Pitfall ist symmetrisch. Pitfall ist, glaub ich, symmetrisch, ja. Nee. Also, also, oder so gespiegelt, oder? Nee, nicht ganz symmetrisch, aber die... Ja, aber ziemlich. Ja, natürlich, ja. Na gut. Wie lang waren das jetzt? 20 Minuten ungefähr? Ja. 19, yeah. Okay, ich hör genau bei 20 auf. Fickt euch. 5. Sowieso noch hören. Okay. Peter, ab wo ist. Okay. Alles klar. Tschüss. 20! 20! Ah!